Servus, Herzlich Willkommen bei eurem ST4E und heute geht es los hier in CSGO. Ich begrüße euch hier zu meinem allerersten Case Opening und das ist gleich brutal lang und geil. Ihr werdet es sehen, ich werde jetzt hier ein Messer ziehen und zwar das Brotmesser in einer tollen Farbe und zwar Regenbogenfarben. Oh yeah, ich bin meinem übelsten Glück hier, werde jetzt das Case Opening starten, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriege, aber ist egal. Vorher werde ich erstmal sagen, ein Dankeschön an den Ghost Soul, der mir den Chroma Kistenschlüssel und die Chroma Kiste zur Verfügung gestellt hat. Ghost Soul, vielen Dank. Hallo? Ja, bitte. Ja, gut. Also, ich will jetzt mein Glück herausfordern. So, wie muss ich das jetzt machen? Ich habe noch nie aufgepasst bei sowas. Einfach öffnen, oder? Auf die Kiste. Ja. Und dann wählst du halt den Schlüssel auf. So, also das ist das kürzeste Case Opening auf YouTube. Und ich habe einen... Ist das gut? Der ist ein Igel-Nager? Ne, ist das besser. Aber für den Anfang nicht schlecht. Boah, die ist geil! Ja, gut. Dann bedanke ich mich fürs Case Opening zuschauen und ich habe einen neuen Dessert-Igel hier und ja, Baum. Gut, das war's jetzt. Weil, der ist sicherer, um an mit anderen Seiteー. Und ich bin mercury ganz vorbei.